Hallo und herzlich willkommen zurück zu Max Payne 3. Natürlich immer noch in den Favelas, wir werden da auch glaube ich noch ein Weitchen drin bleiben. Okay, erstmal scheint hier gar keiner mehr zu sein. Da hinten ist glaube ich... War das ein goldenes Waffenteil? Ja. Hatatatata! Hilfe! Hilfe! Oh, warten wir. Ah, da hinten. So. Ausgeschossen, mein Freund. Ausgeschossen hat es sich für dich. Die Pfeifen, die rufen immer mehr Leute. Ach, da hinten ist schon. Du verrückter Typ, du. Ich würde jetzt eher damit gerechnet, dass hier noch welche kommen, aber nicht von da. Ist ja ganz schön fies. So, dann gehen wir hier in Schnee in Deckung. Wir gehen hier schnell in Deckung. Ja! Ah, er ist nicht tot, verdammt. Ich will einfach da hinten springen und... 23 Mal auf den Kopf schießen. Oh, hier sind noch mehr, hier sind noch mehr. Hilfe, 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 ich muss weg. Ich weiß gar nicht, warum die alle schießen, ey, ohne Scheiß. Oh, die ist zu, wir haben ein bisschen zugemacht. Das ist aber nicht schön. Äh, okay. Oh. Von da drüben schießen sie... Also dann zack, dann zack, dann zack. Und dann... Seid ihr welche, meine Freunde? Äh, warum gibt's nur noch? Please, sterbe. Aha. So, du bist tot, alles klar. So viel Mund... Äh. So, nicht mein Freund. Das machst du nicht mit Max Payne, verstehst du? Beide gehen immer noch rum. Ich will ja gar nicht runter, aber ich muss... Aber cool, zwei goldene Waffen haben wir schon mal. Ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Okay, also geht's weiter. Ich gucke mich auch viel zu wenig um. Ich habe viel zu wenig Hinweise gefunden bisher. In dem Level, das ist schlecht. Aber ich hatte ja auch andere Sachen zu tun. Ich war ja genervt von diesem einen komischen... Hier in der Fabrik, ne? Ich hatte zu hoffen, der König war in seinem Kastel. Ich bin der König war. Als ich nach dem Platz wurde, ich hörte die Räste von Kastel. Dann habe ich gesehen, dass Marcelo... ... mit einer Kastel vollen Geld mit Fabianos... ... und mit Fabianos' Freund, Giovanna. Ich wusste nur ein wenig, aber... ...dann die Dinge nicht gut sind. Ich bin nicht verstanden. Ich hatte nicht so viele Arme getroffen, ... aber da war keine Angehörungen. Ich habe nur zu tun, als ich zu tun. Clever Wtf Ach du Scheiße. Michelle hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief, the insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl, but I knew I had to leave town. Excuse me, Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Okay, dann haben wir noch den einen. Kranker Scheiß, er hat die einfach erschossen. If I could get back to Passos, we'd be in a slightly better position to handle this situation. Die können hier auch von überall kommen, das ist ein bisschen doof. Aber die haben auch eine normale Waffe. Noch sehe ich keine mehr. Aber ich höre sie. Ja genau, von da hinten kommen sie. Schon klar. Genau, du kannst gerne näher kommen. Kann ich besser schießen. Ach guck mal, schlägt direkt einer vor mir. Na, wenn das so ist. Schieß dich doch direkt mal. Ich könnte sie nicht einfach schießen. What the fuck? Da stand direkt einer neben mir. Das hab ich gar nicht mitgekriegt, ey. Max, das ist immer mal die Waffe. Vielen Dank. Ich will nicht. Oh, wir schießen noch ne Kugel ab. Ah. Jetzt hat ein bisschen Ketchup im Mund. Ich habe mich gefragt, ob mein Glück war, wenn mein Glück war. Ich habe mich gefragt, ob mein Glück war, wenn ich ein lange Zeit habe. Das ist warum ich hier bin. Ich finde das eigentlich voll cool, dass sie so ne kleine Ausfliege in die Vergangenheit machen. So. Okay. Hilfe, der schießt doch auf mich. Wo ist denn der Arsch? Hä? Na ja, versteck dich mal. Macht voll Sinn und so. das kommt mit dem Kampf. Nein. Huh. Das war knapp. Das Passos macht manchmal auch überhaupt nichts... Ach. Max. manchmal, manchmal, manchmal bist du auch kacke. Mach doch, Max, spring! Und schieß vielleicht auch dabei, das wäre total nett. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das freuen würde. Wir gehen jetzt mal hier in Deckung. Aber der macht echt überhaupt nichts, der Pisser. Aber eigentlich müsste er was machen. Ach so, da geht nicht, ist klar. Verstehe ich auch, da ist es ganz doof in meiner Deckung. Max, jetzt geh doch mal in Deckung. So. Ist das überhaupt pass aus? Ich will es hoffen. Lol. Kommt Ellen her, ey, ohne Scheiß. Naja, wird schwer, ich habe nämlich keine... Ah, doch, Moment. Hey, how you doing? You heard about the thing? 100,000 dollars. How about fucking around? Yeah, I'm not even. You know what? I don't trust Joey. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, yeah, but how are we going to know who we're after? Huh? I got hollow points. Look, we all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even. All right? All right? Fair. I look like a fucking socialist dude. An aid worker. We'll work it out together. Okay? Look. Cuz, how long have we been doing this? I'm not giving no handouts. I'm not asking for a handouts. We're out here working. Whatever, whatever. Shut up, whatever. Don't shut up. Are you serious? So, ich denke mal, damit hat sich das eh erledigt. Next, du musst aufstehen. Ich werde manchmal auch ein bisschen zu lange auf dem Boden liegen. Könnte das sein? Nein, ich glaube. Da war noch einer! Okay. So, die sind auf jeden Fall down. Max, geh zu Boden. Max, 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 Max. Wo, Spä? Du bist manchmal ein sehr komischer Kauz, Herr Payne. Das geht in Deckung. So. Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Oh, Junge, 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 Junge. Das ist aber ganz knapp gewesen hier, die Geschichte. Ich finde, hier wird es wahrscheinlich keine Painkiller geben. Das ist ziemlich ärgerlich. Scheiße. Hör! Hier wird jeder erschossen, der sich mir nähert hier. Scheiße. Okay. Kann ja lustig werden jetzt. Kein Leben mehr. Keine Painkiller. Kein nix. Ich trau mich da gerade noch nicht raus, ehrlich gesagt. Wo sind die hin, ey? Die kommen doch hier bestimmt gleich irgendwie raus, oder? Nee. Kannst du mal knicken, mein Freund. Scheiße. Jetzt weiß ich natürlich nicht, von wo die kommen. Von da könnten sie, von da theoretisch aber auch. Scheiße. Wir werden sehen. Jetzt muss ich ja einmal hier, ich muss ja hier durch. Ach, komm, hat mich natürlich, natürlich hat mich einer getroffen. Deine Mutti. Das ist immer wieder full live. So, der ist da um. Oh. Okay. So, da hinten kommt noch einer, da war auch noch einer. Ich weiß aber jetzt nicht, wo der hingeht. Scheiße. Hm. Hm, 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 hm. Von da müssen einige schießen. So, der ist down. Schlag mal nach. Was macht er denn hier? Äh. Hä? Er ist weg. Er ist weg. So, er ist tot. Er ist noch nicht tot, aber das ändert sich jetzt, äh, mit dem Eierschuss. So, die Frage, ach, der kommt, ah, okay. Die Frage ist, kommt der jetzt hier vorne durch oder nicht? Es wäre so toll. Na, doch. Da ist er. Komm schon. So, mein Freund. Weg mit dir. So, ich will mir jetzt mal einfach die Wumme mit. Ja. So. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier gibt es auch Hinweise. Ist wahrscheinlich am Anfang schon eingefunden. Irgendwo auf dem Friedhof. Vielleicht ist der Monas Grab oder so. Man weiß ja nicht, ne? Ich komme jetzt aber auch nicht mehr zurück. Leider. Oder ist es hier irgendwo? Das kann natürlich auch sein. Hopp. Nö, hier ist alles überall. Nix. Ich will doch die Hinweise alle finden. Menno. So, zu der Tür gehe ich noch nicht. Da sind noch viel von einem Painkiller. Na ja, da hast du recht. Herr Maximilian. Die brauchen es wohl nicht. Oh, Mann. Hey, Mann. Just be cool, okay? Be cool. Don't tell me it's cool. You Max Payne? Hm? Very fucking funny. Whatever. You're Max Payne. I thought he was fucking Max Payne. Confusing, huh? Hey, you make one more move and this guy, whoever the fuck he is, is gonna get fucking dead. Look, Mann. Give yourself up and the Marker might have a change of conscience, huh? Boah, das ist jetzt aber, glaube ich, auch recht knapp. Hat der locker schießen können, der Bursche? So, wir werden uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen, äh, den ganzen Gegnern annehmen, die hier so sind. Ach, ich hab den nicht getroffen am Kopf. Na klar. Ich hab mich vertan anscheinend. So, ihr seid down. Achso, ich schie... Oh, fuck. Ich schieße auch mit der... die ganze Zeit mit der komischen anderen Waffe hier. Oh, weil die... Oh, oh. Das ist uncool gewesen. Schnell in Deckung. Herr Schmerz, danke. Ach, fuck. Jetzt hab ich sie zweimal. Na, egal. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Aua. Aua, fuck. Der hat mich nur einmal getroffen und ich bin tot. Was soll das denn? Das ist doch... Das ist doch unglaublich. Der ist down. Die alte Nudel. So. Jetzt nehmen wir uns... wieder den hier an. So, jetzt ist die Waffe gleich wieder leer. Macht aber nix. So, einmal ein Painkiller schlucken. So, langsam. Vorbewegen. Zack, da eine Kugel. Zack, da eine Kugel. Der ist ausgewichtigt. Deshalb voll der Matrix-Boy hier. So, down ist down. Nein, bitte nicht schießen. Das wäre nicht so toll. Das tut doch weh. Bäh, Alter. Die hat aber nur gut getroffen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie trifft, ehrlich gesagt. Ja, sicher da hat, Junge. Sicher da hat. Okay, da müssen wir gleich weiter. Das heißt, ich werde hier noch ein bisschen rumstöbern. Vielleicht findet man hier irgendwas... Hinweismäßiges. Ja, du bleib mal da stehen. Vielleicht hier. Oh, ein goldenes Teil. Das ist ja auch schon mal was, ne? Aber mehr finde ich hier leider nicht schade. Ich habe eh wahrscheinlich schon alle übersehen, aber das macht ja auch nix. Beef侍 hat sich das wohl gemacht. Was... ...de... ...fuck. Bestimmt Das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren Von Max Payne Ich bedanke mich bei euch Bis zur nächsten Folge Haut rein